Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar würde ich gerne heute nochmal einen Lifestream machen, so gegen 15 Uhr, wieder auf Twitch.TV, ich hoffe, dass es heute ein bisschen besser klappt als gestern, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns später 15 Uhr auf Twitch.TV, Link ist in der Videobeschreibung. Wir spielen noch ein bisschen Project Odin 2 und vielleicht kann man noch ein bisschen was anderes machen, ich weiß es noch nicht. Ich bin aber noch für alles offen, vielleicht ein paar Rötchen LOL oder ein bisschen Pokémon oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, bis dahin, tschüss.